Die Musik von Klamotten Die Musik von Klamotten Die Musik von Klamotten Die Musik von Klamotten Ja, genau Ja, genau Äh, nee, warte mal, ist das nicht... Hä, das ist doch hier, wo... Da ist der Tirex. Hä? Wieso stehst du die ganze Zeit hier rum? Oh. Nur, was hast du hier drinnen gemacht? Oh, hier ist eine Quest. Ja. Was wünscht ihr? So, wo jetzt hin? So, wie fliegt man nochmal? Unten auf das rote Ding. Hä? Ach, fliegen ist ja nicht möglich. Wie ist denn die... Wo ist denn diese Medizinkiste? Warte. Dort, ich gucke fast hin. Blut für Blut. Ich finde meine Medizinkiste immer noch so putzig, ne? Die ist super, ey. Die... Ja, irgendwie, warte. Hä? Wo ist denn diese verkackte... Ich blick da jetzt gar nicht mehr durch. Sprech mit Hachi, Gesundheit, auf Wiedersehen. Wo ist der? Wo ist der? Da draußen, wo du gerade bist. Da, 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 da... So, einfach erstmal Level up. Und da, 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 da da... Du hast das irgendwie mit den kleinen Mädels, hä? Das hört sich mal sowas von falsch an. Ich weiß nicht, warum das fliegt, ey. Wie groß bist du in real life? 1,82. Und jetzt ohne zu lügen? 1,82. Und jetzt ohne zu lügen? Du bist mit 15 fast so groß wie dich. 1,82. Ich müsste mich mal messen, entweder bin ich 1,80 oder 1,85. Äh, laufe ich jetzt richtig? Ah ja, da steht 1 Tyrox. Was, hä? Ey, du kannst ja nicht warten. Du musst ja immer vorrennen. Äh, ist ja nicht schwer zu finden. Ether-Maschinen. Oh, Mana-Stein. Ja, apropos. Stimmt, das ist nicht. Ey. Angriff will ich haben. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen genommen. Ähm. Gut, dass du mich drin redest. Ja, alles klar. Das Schwert, was ich leveln wollte, habe ich natürlich abgelegt. Ähm. Verstärken. Ähm. Das. Das. Mana-Stein. Nein. Hä? Ich kann den nicht einlegen? Nein. Ich auch nicht. Blödes Kackspiel. Okay. Ich habe eine hellblaue Quest. Reise mit Doman's Hilfe nach Perna Rom und spreche dort mit Harition. Oder das. Ich mache das gelbe weiter. Das blaue. Das hier. Weißt du was, Eyck? Nee, was? Und tschüss. Äh. Ich habe mich gerade doppelt gehört. Au. Alles klar. Aua. Ist dein Headset jetzt im Arsch, wie sich das angehört hat? Ähm. Coole Frage. Ich glaube, das war nicht so gut. Was hast denn du gemacht? Ganz normal. Alles ganz normal. Okay. Egal. Egal. Boah. Ah, dort muss ich hin. Ach, die Wegpunktmarkierung fetzt schon. Was ist es? Ich mache jetzt in der Hauptquest weiter. Ich verstehe es nicht. Egal. Wo bist du? Ich mache in der Hauptquest weiter. Ich mache in der Hauptquest weiter. Oh, ich sehe so knurwig aus mit dir. Was ist die Wegpunktmarkierung kostet. Nein. Nein. Siehst du nicht. Doch. Nein, siehst du nicht. Doch. Nein, siehst du nicht. Doch. Nein. Ja. Okay, Video. Kurzes Video. Ike? Ja? Was muss man hier machen? Du musst den Schlucken, den Trank, den du da hast. Was für ein Trank? Na, diesen Mana-Stein. Schlucken? Ja, du trinkst den. Und irgendwie erzeugst du dann das Teil. Frag mich nicht. Die mögen das wohl, dass man so oft Schlucken tut. Äh, Ike, ich komme lieber raus. Alles klar. Oh doch, jetzt. Aus dem Brunnen. Äh, ich habe mich vorher noch weg-teleportiert, so ein Scheiß. Das hätte ich ja zu gerne gesehen. Ahhhhhhh. Na egal. Nein, nein, nein. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Äh, Langschwert, Stangenwaffe, Dolch, das... Das habe ich doch schon alles. Ohhhh. Obwohl, das Schwert ist besser. Das Schwert ist besser, was ich hier habe. Joko. Sieht doch schöner aus. Muss ich ehrlich sagen. Ähm. Eins mehr, wenn du so ruhig. Ja. 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 Bin ich. Äh, was soll ich großartig sagen? Hier spielt Aion. Ich spiele was anderes. Und ja. Willkommen, Deva. Du sollst ja die an dir rumspielen. Nee, nein. Hahaha. Nein, nein. Das mache ich auch nicht. Nein. Ich. Wer so oft Nein sagt, lügt. Bestimmt. Ahhhh. Melvin. Ich sage aber nichts mehr. Hier rennt ein Affe rum. Äh. Und so ein Ghost aus Scream. Ehm. Und ein Affe und ein Ghost aus Scream. Hahaha. Und ein Esel. Das ist die Cassie. Und Cassie. Ähm. Wie sind wir hier alle vertreten? Ike. Das ist die Cassie. Was ist der mit der Maske? Das bin ich. Nee, du bist der Affe. Wir wollen nochmal kämpfen gegeneinander ohne Heildrink, habe ich gehört. Doch, wir können gerne nochmal kämpfen. Nee, danke. Ich suche erst... Hä? Nein. Möchten Sie handeln? Ich möchte nicht handeln. Nein, danke. Warum möchten Sie nicht handeln? Wer weiß, was du mir da zu handeln anbietest. Äh... Weißes, klebriges Zeug. Oh, Video. Unterschiede im Luftdruck führen zu Windströmungen. Sie bringen euch schnell von einem Ort zum anderen. Springt einfach in die Strömung. Und lasst euch vom Wind treiben. Falls ihr die Strömung vorzeitig verlassen wollt, wechselt einfach die Richtung und gleitet hinaus. In Gelb Maros gibt es viele Windströmungen. Manche führen euch vielleicht sogar in versteckte Gebiete. Oh, ich bin dann auch mal weg. Okay? Freut. Alles klar. Tschüss, tschüss. Tschüss. Okay. Benutze die Windströmung. Das ist halt nur... Frage. Hey. Oh, ich kann hier... Ja, ich benutze doch die Windströmung. Entschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020